So, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Emscom auf der Playstation 4. Perfekt. So, ähm, folgende traurige Information hier an meine Abonnenten und an meine Hater. Der Lieder, der König, der Paladin, der Prinz, der Babu von GTA 5 hat traurige Nachrichten. Mein Internet wurde gesperrt. Ich habe meine Rechnung nicht bezahlt. Obwohl ich eine Milliarde Dollar Gesamtvermögen in GTA 5 verwalte als König, wurde mein Internet gesperrt. Ich habe sofort einen neuen Vertrag gemacht bei O2 und der Router kommt in 5 Wochen. Höchstwahrscheinlich am 10. Februar. So, aber das macht gar nichts. Ich habe noch das ein oder andere vorproduzierte Video vom letzten Mal und das lade ich auf jeden Fall hoch. Perfekt. Vorproduzierte Videos. Perfekt. Schreibt mir eine Freundesanfrage. Folgendes. YouTube Gamescom ist trotzdem erreichbar. Wie geht das? Nun ja, ich habe Kontakte. Ich habe eine ganz besondere App. Die nennt sich Playstation App. Mit dieser App kann ich nämlich auf der PS4, ähm, ja, Nachrichten beantworten. Ich bin da auf jeden Fall vertreten. Lade ich mir runter. Die haben nicht alle. Die haben nur die coolen Leute, diese App. Das muss ich hier auch nochmal ganz klar erwähnen. Okay, Leute. Ich denke, es gibt nicht mehr viel zu sagen. In den nächsten Tagen kommen ganz normale Videos. Es ändert sich nichts. Es bleibt alles wie beim Alten. Nur Online-Zocken sieht gerade schlecht aus. Aber Freundesanfragen und Nachrichten könnt ihr mir gerne schicken. Ich beantworte sie auf der Playstation App. Perfekt. Okay. Hau rein und ciao. Und an alle Hater, an alle Hater, das wird euer Schicksal sein. Schaut euer Schicksal an. Perfekt. Explosion, Baby.